Der Landkreis Reutlingen. Mehr als 280.000 Einwohner leben hier in 26 Städten und Gemeinden vor und auf der Schwäbischen Alb. Mit ihren drei Häusern in Reutlingen, Bad Urach und Münzingen sind die Kreiskliniken Reutlingen der größte kommunale Arbeitgeber der Region. Die Albklinik Münzingen deckt als Krankenhaus der Grundversorgung ein breites medizinisches Leistungsspektrum ab. Arbeiten Hand in Hand. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit spielt in allen Abteilungen eine wichtige Rolle für eine optimale Behandlung der Patienten. Unsere Spezialisten haben dabei direkte Zugriffsmöglichkeiten auf medizinische High-End-Ausstattung, die eine rasche ganzheitliche Abklärung gesundheitlicher Probleme ermöglicht. Teamwork spielt eine wichtige Rolle. Denn nur wer sich gut versteht, kann auch gut zusammenarbeiten. Schonend und dennoch hocheffizient. Modernste Operationsverfahren sorgen für größtmögliche Schonung und Sicherheit der Patienten. Auch die chirurgische Abteilung bietet beste Voraussetzungen für eine hochwertige Behandlung. Zusammen mit dem Reutlinger Klinikum am Steinenberg wurde die Albklinik als Endoprothetikzentrum zertifiziert. Kompetent, patientenorientiert, interdisziplinär. Individuelle Therapiekonzepte garantieren eine effiziente und erfolgreiche Rehabilitation. Menschlichkeit und Zuwendung. Bei allen Mitarbeitern vor und hinter den Kulissen steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Albklinik Münzingen. Hohe medizinische Kompetenz für den Landkreis und darüber hinaus. Untertitelung. BR 2020